Hallo und herzlich willkommen zum Fortnite bei VR Shop Video. Wir gucken mal was heute Neues gibt und was groß selten war. Und die Schilderhackung auf der Webseite, es gibt wieder seltene Dinge. Okay, hier oben haben wir natürlich Vigacorek, die Agigas-Characca. Ja, die Agigas-Characca mit Vigacorek. Joa, so ist es kalt. Sind wir da. Okay, haben wir hier eine neue Spring-Bange, was man kaufen kann. Joa, ist okay. Ist okay. So, die Neckigame hier. Die war selten gewesen. Ja, die Neckigame war selten gewesen. Wann war die Coolest im Job? Wir gucken nach, wie wir folgen. Ich habe mich eben gesehen, dass die selten war. Okay. Die war Coolest vor. 161 Tage war die Coolest im Job. Jetzt ist die Vigacorek nach 161 Tage. Jetzt ist die Vigacorek. Liebe Folgen, vor Kaugen, vor Eihunger wie Bach. Wisst ihr, das ist Zeit. Weiter geht es. Waren noch nicht alle seltenen Dinge. Geht noch weiter, liebe Folgen. So. Weiter geht es. Mit gegen Henne Geiger. Der Henne Geiger war Coolest. Jetzt kommt der Hammer. Der war Coolest vor Eihunger 150 Tage im Job. Also, er ist jetzt wieder Coolest nach 950 Tage. Ist er wieder Coolest. Liebe Folgen, vor 500, wie Bach. Bei KG ist es. Waren noch nicht alles. Gänge haben wir noch gegen ihn hoch. Der war Coolest vor 990 Tage im Job. Jetzt ist er wieder Coolest nach 990 Tage vor 500, wie Bach. so weiter geht es war noch nicht alles ihr kennt das war alles nein so was haben wir noch an seltenen dinge es gibt noch mehr seltene dinge müssen wir mal gucken wo es ist aber wir finden es wir finden es liebe folgen wir finden es schon okay okay ich gebe weiter mit die seltenen dinge dann bach mal hier mit an ihr karakka wakul es vor 510 kage wakul es im job nach 510 kage ist er wieder korrig liebe folgende biege maria karakter ich gar kein mal wieder mal kackt aber hinten eine biege drauf hat deshalb ist es für mich ein biege maria karakter und kochke kaugen 500 bieber der kohle nach 510 kage ist er wieder kurek so weiter geht lieber folgende aber kann man noch denken ist ich habe gar noch mehr sehen was denken war ich kann gar hier hier haben wir das doch was noch selten ist so liebe folgende er war auch seltene wegen gabakul erst vor 120 tage im job jetzt ist er wieder korrig nach 150 tage ist er wieder korrig liebe folgende nach 150 tage ist er wieder korrig liebe folgende ja war das alles nein es waren doch nicht alles mit die seltenen dinge geht doch weiter so weiter geht es hier haben wir noch mehr seltene dinge und hier da haben wir noch was seltenes er war kulest vor 110 tage im job jetzt ist er wieder korrig nach 110 tage ist er wieder korrig liebe folgende ich gebe ich sage nach 110 tage ist er wieder korrig weiter geht es denn gibt noch ein bis kacke die auch verdammt selten war das war die bis kacke die bis kacke war zuletzt vor 291 tage war zuletzt im job nach 291 tage ist die biakurik liebe folgende war vergammt selten das waren die seltenen dinge haben wir noch was neues mal gucken mal gucken ob wir noch ein neues haben weil wir die seltenen dinge sind wir ruhig lieber folgen aber ruhig haben wir noch was neues liegt nicht wo auch liegt nicht wo auch liegt bis jetzt nicht wo auch das war was neues haben wir haben das neues sei gar nicht leute nur alten eilgarten und biakurik so irre kalt man kann ja nicht immer was neues im job haben das geht ja auch nicht das ist ja auch gar nicht möglich immer neue gegner in den job haben ist nicht möglich liebe folge ist nicht möglich immer nur neue garten neue garten neue garten neue garten aber es geht halt nicht es geht halt nicht liebe folge es geht halt nicht aber wenn ihr euch auch den wachen job kaufen gut vergesst nicht den kog eker kog ein kog geben gegen ich jetzt hier eingeben wenn ihr euch machen kopf kauft gibt den kog ein gar mit unker küsst ihr gut leute so ist es einfach eker kog eingeben wenn ihr jemanden unker küsst wollt so so lieber folgende das war es mit dem job video geben wir euch haben bis zum nächsten mal und danke für zukommen und lasst ein abo gar bis gleich ciao ciao bau bau